Hallihallo Hallöle und Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play der Herdengeschaut in der Liste 2. Ja, diesmal Minas Morgubil als Festung und voller Angriff. Go! Ja, hallo, hallo. Okay. So, welche Folge sind wir eigentlich? Das möchte ich mal fragen, weil ich ein bisschen durcheinandergekommen bin. Ich weiß es auch nicht. Du weißt es auch nicht. Okay, dann bin ich ja froh. So. Okay, gut. Mutig mich. Ganz klassisch. Da sieht schon mal gut aus. Ich kann bis auf eine Fähigkeit, kann ich jetzt alles nehmen. Ich werde euch gut führen. Mutig voraus. Wir gehen hier hin. Du könntest dich muten halt, ne? Oh. Okay. Weil du bis auf eine Fähigkeit alles nehmen konntest. Nix, wie viele Fähigkeitspunkte hast du denn? Mh, 130. Und du? Mutig voraus. Jetzt nur noch ein Punkt bis zur nächsten Fähigkeit. Unser Pfad ist sicher. Wir können nicht hier bleiben. So, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir Minas Morgul hier. Okay. Das Gebäude ist fertig. Ich bringe das Baumaterial. Ein vortrefflicher Bauplatz. Ich glaube, der Kollege, der kann eigentlich nur hier durch, oder? Kann das sein? Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Das heißt, wenn er unbedingt Bock hat, ne? Ich werde unser Volk beschissen. Irgendwie auf Stress, ne? Der kann ja echt nur... Der kann halt echt nur... ...hier durch, ne? Das ist ja natürlich eine Scheiße, Alter, für ihn. Wenn ich die Festung halte, woanders hinbauen müssen. Ha! Ich spüre eine große Dunkelheit. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wo sollen wir bauen? Es gibt viel zu tun. Wir müssen Saurons Diener vernichten. So, wie gesagt, ich könnte... Also doch, kann man hier auch noch lang? Doch, hier kommt man auch noch lang. Wo kommt er denn da lang? Wieder gar nicht, oder? Ja, doch, er käme, er käme dort lang. Unser Pfad ist sicher. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Wir gehen. Kommt mit mir. Lalalalala. Die Kaserne ist fertig. Wir haben noch viel zu tun. Wo sollen wir bauen? Die Festung, sie ist fertig. Lalalalala. Bin schon unterwegs. Wir haben noch viel zu tun. Ich spüre eine große Dunkelheit. Wir können ja mal gucken, wo die Tür aufgelassen hat. Vorwärts. Werkzeuge bereit. Wir haben ein neues Gebäude. Ein vortrefflicher Bauplatz. Was sind Ihre Gebäude? Wir müssen unsere Grenzen schützen. Mutig voraus. Hier. Werkzeuge bereit. Na komm schon. Gib mir den Malon bauen. Wir bringen Spiele muss mit trautiges Land auf. Wir bringen Spiele muss mit trautiges Land auf. Hütter ist bereit. Bewacht dieses Gebiet. Wir müssen Mittelerde beschützen. Unsere Stadt wird größer. Wo sollen wir bauen? Bin schon unterwegs. Na? Wir haben kaum noch Rohstoffe. Ja leppig. Ich spüre eine große Dunkelheit. Haltet die Augen offen. Wir haben ein neues Gebäude. Endlich ein neues Gebäude. Yay. So. Brauchen wir heute noch mal was? Was hat er denn jetzt bisher hier schon drin? Wenn wir mal reinschauen. Auf jeden Fall eine Kaserne hat er auf jeden Fall als erstes gebaut. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wir haben noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Wir können vielleicht auch mal noch eine andere Strategie wählen. Was brauchen wir denn dafür eigentlich? Stärkt die Festung. Voraussetzung um Hüllen der Rang upgrade. Okay er geht jetzt hier auf jeden Fall schon mal mit seinen Lanzenträger und geht auf jeden Fall schon mal in Einsatz. Stellung. Hüter ist bereit. Ich weiß nicht ob er hier direkt da darüber geht oder. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Baumaterial. Es gibt viel zu tun. Unsere Stadt wird größer. Wir haben noch viel zu tun. Ein vortrefflicher Bauplatz. Hat er hier nochmal ein paar Reiter. Na ne Bogen schützen. Aber er baut auf jeden Fall sehr viele Reiter. Oha. Okay wir ziehen uns mal zurück. Besser ist das glaube ich. Oh der hat ja. Ah die Festung ne. Das bringt es. Das bringt es schon. Mhm. Mhm. Ja ja direkt dort unten gebaut. Ja ja. Klar. Ja. Wo sollen wir bauen. Greift weiter an. Wir müssen die Schleiter durchschätzen. Wir dürfen nicht scheitern. Wir müssen die Schleiter durchschätzen. Wir müssen die Wälder schützen. Zum Schloss. Da. Noch mehr. Sie sind durchgebrochen. Jetzt. Elben greift an. Ja. Ja. Wir müssen die Schleiter durchschätzen. Ja. Wir müssen die Schleiter durchschätzen. Ja. Schade. Ja. Naja. Schade. Wir haben ein neues Gebäude. Ich bringe das Baumaterial. Der Feind rückt vor. Es gibt gewiss einen besseren Ort. Ja gut. Da brauchen wir jetzt hier auch nicht irgendwie großartig noch was zu reißen. Wir können hier einfach nochmal den hier machen. Zack. Ja guck mal da. Der hält das sogar aus oder? Geise man. Bleibt wachsam. Spickt sie mit Pfeilen. Eindringlinge. Da und die anderen. Werkzeuge bereit. Baummaterial ist unterwegs. Wir haben das Gebäude. Wo haben wir gebaut? Der Wagen kommt. Sie greifen den Malonenbaum an. Nach drei Viertel der Zeit hat er halt auf jeden Fall. Ähm. Sie greifen die Siedlungen an. Hier kannst du ja auch bauen, Alter. Wir müssen ihn standhalten. Dieser Ort ist nicht geeignet. Die Kaserne ist fertig. Bin schon unterwegs. Wir haben noch viel zu tun. Es wird Zeit etwas zu bauen. Der Wagen kommt. Wir sehen den Feind. Ein Orgstamm. Der Baumeister steht in Gefahr. Der Baumeister steht in Gefahr. Sie haben ihn geschlagen. Baumaterial. Bringt alles hier her. Na? Habe ich eigentlich noch irgendwas? Hier hätte ich noch was. Aber. Wird es halt nicht bringen. Einfach bisschen hier. Bisschen random durch die Gegend fahren. Wir greifen einen Malonenbaum an. Wer hat ja gerade noch die Adler halt rausgeholt. Adler und Ents sind halt bei ihm auf jeden Fall weg. Oh. Hi. Schade. Hätte ganz gerne noch meinen Adler ausgeholt. Ähm. Aber hier war der Ausgang klar. Also. Ein Held alleine schafft es gegen eine Festung nicht. Und schon gar nicht gegen Minas Morgul. So. Okay. Ähm. Du redet halt nicht mit mir. Weil er ein bisschen eingeschnappt ist. Aber naja. Ist halt so. Ist halt so. Wir gehen jetzt wieder in die nächste Festungsschlacht. Ähm. Ich hoffe mal das läuft besser als beim letzten Mal. Vermutlich nicht. Ja. Wir werden sehen. Okay. Ja. Genau. So. Das heißt wir schauen einfach mal. Bruchtal. Ähm. Bruchtal die Ixte auf jeden Fall. Und ähm. Ja. Okay. Er hat diesmal auf jeden Fall ein Bataillon weniger. Und ähm. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. In gewisser Art und Weise irgendwo halt auszunutzen. Wir sind auf einige Waage gestoßen. Reiter. Reitet. Ja. Die Schlacht hat begonnen. Sammelt euch Elben. Ich hatte gerade nichts zu tun. So. Bauen auf jeden Fall die Festung wieder auf. Bin schon unterwegs. Und wir bauen als nächstes einen Malenbaum. Es gibt viel zu tun. Bruchtal darf nicht fallen. Okay. Okay. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Okay. Diesmal haben wir auf jeden Fall. Diesmal haben wir auf jeden Fall einen Meer. Äh. Äh. Sammelt euch Elben. Sammelt euch Elben. Sammelt euch Elben. Schnell. Erobert dieses Land zurück. Okay. Ja. Mich hat das. Ja. Die hier sind glaube ich ein bisschen blatt oder? Geht. Der feindliche Stützpunkt. Wir müssen handeln. Gelagert sie. Ich lockere nur meine Arme. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Bruchtal darf nicht fallen. Elende Kreativen. Das Böse kommt über uns. Ihr fallen uns. Okay. Läuft auf jeden Fall wieder besser. Wichtig wäre es wenn wir jetzt hier Elrond erstmal killen würden. Wäre uns die killen wäre erstmal wichtig. Wir haben hier Stand halten. Baut dieses Land auf. Sie dürfen nicht ranke. Schützt die Pferde. Wieder mit dem Bösen. Vorwärts. Vorwärts. Reiter. Wir haben eine neue Festung. Hier entlang Lanzenträger. Vorwärts. Er nimmt sich hier direkt den Ding ins. Sammelt euch Elben. Wäre bereit. Rottet alles böse aus. Unser Volk ist in Gefahr. Mögen unsere Waffen siegen. Wir haben ein neues Gebäude. Was liegt an? Bin schon unterwegs. Reiter. Lebt alles in Trümmer. Werkzeuge bereit. So. Dann bauen wir hier auf jeden Fall mal ein paar Stallungen. Das Festung kann er scheinbar auf jeden Fall nicht mehr aufbauen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Hier entlang Elben. So. Dann schauen wir einfach mal. Wo denn was ihn gebaut hat. Wahrscheinlich hier oben hin. Schätze ich mal. Der Feint hat hier sein Lager aufgeschlagen. Hier entlang Elben. Sollte er auf jeden Fall sein letzte Baumeister sein. Schätze ich mal. Schickt sie in den Abgrund zurück. Hier endet ihre Großheit. Sie greifen an. Tja. Asynchron irgendwas. Ja ich hab auch. Aber. Ja okay. Bitte? Keine Ahnung was das jetzt so war. Weil Asynchron. War es halt eigentlich noch nie. Aber. Ja eben. Gut gewonnen hätte ich eigentlich trotzdem. Oder? Was war denn Asynchron? Na also du hatte. Ich hatte schon noch was. Also diesmal wirklich. Aber nicht viel. Muss ich zugeben. Äh. Wir dürfen das ganze nochmal machen wie es aussieht. Ist das dein Ernst? Ja. Nein. Auf keinsten Alter. Ich kann es ja nur auch nicht ändern. Nein. Also wenn du jetzt so gewonnen hast. Dann kannst du jetzt auch nochmal. Punkt. Nein Alter. Ey. Ich hab das. Das gibt es doch gar nicht. Nein. Ich spiele schon wieder nicht mehr synchron. Kann nicht fortgesetzt werden. Okay. Die LAN verbindung ist sowieso ein bisschen hinüber. Ja. Also ich sag nur so. Aber jetzt. Aber jetzt ganz. Ja. Nein. Jetzt hat das komplett zugemacht. Äh. Äh. Ja. Ich weiß nicht wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Ähm. Da werden wir dann. Wir werden es jetzt nochmal schnell zurück. Äh. Nachstellen. Sodass wir. Äh. Da hinkommen wo wir waren. Und ähm. Ja. Und dann. Ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber sorry. Das Gebiet war halt eher ernsthaft ne. Ähm. Seit wann ist das Asynchron gewesen? Also das Gebiet war definitiv gewonnen. Also da lass ich jetzt auch nicht mit mir reden. Also. Tut mir leid. Also erst einmal. Nein. Erst einmal. Nein. Du hast noch nicht alles erledigt. Du hättest es wahrscheinlich gewonnen. Warum denn? Ich hatte einen. Bei mir. Nein. Du hattest. Du hattest noch. Äh. Du hattest noch. Ich hab noch einen Baumeister gehabt. Ja. Und was hast du denn noch gehabt? Das ist irrelevant. Ich hab noch einen Baumeister gehabt. Du hattest nix mehr. Nein Junge. Nein. Du hast das Gebiet. Alter nein. Ja gut. Folge ist vorbei. Aufnahme ist vorbei. Ciao. Tschüüük.